und mal nicht sterben willkommen zurück zurück zu der gewissen mit dem Dauertoten Rollator könnt ihr alle mal am Arsch legen eher umgekehrt ich hab jetzt mal übrigens erledigt letzte Folge Aber gar nicht. Natürlich. Hätte ich ihn vorher nicht angewichst, wäre gar nichts passiert. Hättest dich angewichst. Das ist doch so ein Ninja-Looter. Genau. Komm, stell das Ding an, mach's eh, wie oft du jetzt stirbst, wenn die Welle kommt. Das sind die Richtigen, weil B.O.W. auch ein Handler ist. Das sind die Ninja-Looter. Es darf erscheinen, wenn du ready bist, dann ziehen wir uns nämlich in die Baracke da hinten zurück. Ja, ja, du in die Baracke. Ja, dann fällst du doch mal da alles um, du Idiot. Ich gehe oben auf den Turm. Okay, ich muss dem, glaube ich, mal hinterher rennen, sonst sind wir halt noch beide tot. Hier ist gut. Glaubst du ja? Ja, deswegen bin ich immer hinterher. Ich will mal gucken. Glaubst du aber. Ja, ich will mal gucken. Ich kippe jetzt extra wenig Mühe, damit ich sehe, dass es scheiße ist hier, oder was? Ja, da kommen sie. Ach nee, hab ich doch gar nicht gesehen. Ich weiß schon, dass wir die da abhalten müssen, ne? Ja. Ja. Dann werden wir da plenten. Ja. Ist mir schon klar, Digga. Ich sag's ja nur. Dann will noch einer plenten. Ich hätte mal Munition, äh. Ach nee, hab ich ja. Ist noch irgendwo einer? Sieg rein. Die kommen, glaube ich, nur drei oder vier Mal. Irgendwer macht hier Geräusche. Melle! Oh, sorry. Boah, der ist aber stabil gewesen. Aber hast du schön getroffen? Muss man mal gucken, sagt. Scheiße, das ist ein bisschen hart. Ah, Kamerate bei mir. Nein! Ach doch, wir haben es. Eine Bumse macht. Aber das ist noch nicht ganz so ein bisschen. Ja, ja. Was ist da los? Bist du so konzentriert? Ja, ich bin am Zielen. Ich bin am Zielen. Da hast du bestimmt eine Zunge auch draußen, so, ne? Waaah. Ja, ja. Und die Scheiße haben, nicht? Echt? Machst du das auch? Ja. Nett? Nee, ich nicht. Hab Sniper, nett? Nee, ich sollst da die Lappen nicht aushängen. Hallo? 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 Aber komm. Du willst es noch nicht zukicken. Nein, mach ich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Hast du mal, ne? Hier hast du mal ein Heal. Den hast du doch nicht. Doch. Ja, ja. Noch ein bisschen, oder? Ich krieg ja von dir nichts. Das ist ja das Problem. Doch, ein bisschen Heal. Nee. Kam nicht an? Nee. Also ist am Geländer hingekriegen. Tut mir leid. Wollte nicht heilen. Naja, schon krass. Ja, echt? Was zieh ich da ran? Dass du keine Zunge rausstreckst. Das ist hier. Achso. Ich glaub, du musst mal an Daisy spielen. Hab ich doch. Nee, Daisy hab ich nicht gespielt. Au. Aua. Irgendwas hat mich ganz schön böse getroffen. Ja. Ach der da. Aua. Aua. Wer ist da wieder umgefallen? Wer ist da wieder umgefallen? Ich würde ja sagen, der Melle. Aber er war es. Dann kann das wahrscheinlich das alles tun. Nur damit Sie es wissen, wir konnten die Explosion von hier aus sehen. Es wird vermutlich noch mehr Nabheim-Tanz im Gebäude geben. Kümmern Sie sich zuerst darum und dann um Joe Farrow. Jetzt muss man einen Endboss noch machen. Ah, der ist nicht ganz so wild. Weiß ich gerade nicht mehr. Joe Farrow. Farrow. Muss man hier so ein paar Minipacks einsammeln. Ah nee, ist ja irgendwo eine Kiste gewesen, oder? Kann man die loben? Die ist hier. Auf dem Stapler-Ager. Ach da. Ah ja. Sehr schön. Aber ich habe keine Minipacks gekriegt. So schlecht. Die gibt es auch in der Ewing nicht. Nee, gibt es nur in der Buh. Nicht vergessen. Hier vorne liegt noch etwas, was getroppt hat. Grün ist es. So. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Bin on the way. Was ist denn? Ach, das Echo hat also gestart. Ohne mich zu fragen. Ah. 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 Was war denn hin? Ach, war hin. Oh. Da oben sind ganz viele Typen. Hat er oben so gemacht? Okay. Er verkriecht sich als der Sack. Was. Sarambo. John Jay. Pass auf da oben. Ich hätte mich jetzt fast zerrissen da unten Die Granate nicht kommen gesehen Da halten wir sie auf Diese Stellung dort werden wir halten Und die werden sich nach Wünschen sich nie mit uns angelegt haben Oh, oh, oh Sie haben jetzt auch nichts, da wie ich rauskomme Na, tolle rum Hör zu Wer ihr auch seid, ich schätze ihr seid Bundesagenten Aber das ist egal Und genau deswegen werden die sterben Die Männer, die euch gegenüberstehen, tun das, wozu niemand sonst die Eier hatte Sie hätten fliehen können Sie könnten zu ihren Familien gehen Aber sie bleiben, um das Geschwür auszubrennen, damit es hier gestoppt wird Sie haben sich geopfert Und dann Und dann kommt ihr Und versucht alles kaputt zu machen Weil ihr nicht mannsgesucht habt, das zu tun, was getan werden muss Das wird nicht klappen Meine Jungs sind besser Wir ziehen diese Sache hier durch Und zwar zur Not So, den schaffen wir jetzt aber ohne zu sterben, ne? Dann gibt ihr auch mal Mühe, ne? Also es geht mir auch so ein bisschen auf den Sack, dass du eins verheißt Ja, echt, aber es geht mir voll auf den Sack, dass ich eins retzen muss, ey Echt der Kackbratze Hallo Ja, mach die Platz jetzt, los Machst du denn mal auch mal was? Ja, ja, ja Jetzt kommen sie oben bei dir Ja, ja, ach nee Guck mal, den hab ich im Flug getroffen Genau Als wenn du da ganz alleine drauf getroffen bist Ja, und hinter uns ist auch einer Ja Den hab ich auch ganz alleine erschossen Ja, genau Oh yeah Ha, ha, ha Ja, ja Oh Uuuuuhh! Wer ist sauber? Genau! Prost! Was? Prost! Hallo, machst du auch mal was oder mach ich dir ganz alleine den Ufa? Ich sage Prost! Entschuldig, mach ich was! Ja, das nervt mich total! Der einzige Sähe... Du brauchst doch nicht mal in die Kiste, weil du keine Munition so passt! Ich war doch an der Kiste, Ufa! Ja, genau! Gibt sich nur einer Mühe, ist natürlich auch scheiße! Ja echt mal! Dann muss ich alles alleine machen! Ja! Tu mir! Seid gut auf! Äh... Hallo! Da kommt gleich ein Flammentyp! Hallo! Wenn du unten mal den Wecken hauen würdest! Da kommt ein Flammentyp, hab ich gesagt! Hallo! Oh! Sag mal vielleicht Feuer vielleicht! Haha! Wir haben... Wie, du bist verrät! Zu für ne Lusche! Weil ich den Flammentyp vielleicht gekillt hab! Genau! Weil ich dich gerettet hab! So eine... Lusche! Ich rette dir den Arsch! Ja! Genau! Wer hat dich hier grad gerettet? Oh nein! Hahaha! Wer hat dich denn gerade gerettet? Ja, das war mein Fehl! Ach ja! Du machst... Ach du machst einen Fehler! Hab ich ja noch nie gesehen! Ha! In der letzten Zeit machst du schon scheiße! Genau! Hallo! Vielleicht steht auf meinem Bildschirm war da auch Niederbelebung? Hahaha! Dann lass mal stehen! Hahaha! Ich kann dich nicht gesund machen! Dann bin ich auch tot! Wer steht da aber da? Jetzt... Zieh mal zu! Nein, dann bin ich tot! Ich geh doch nicht runter! Ist das auf jeden Fall Möckby, du bist tot! Nein! Dann bin ich tot, wenn ich da runtergehe! Hätte ich vorher gewusst, als ich mit Gims letztendlich... Ja, echt wahr! Der Gimp! den Obervolk gibt, muss ich hier rumlaufen! Und los! Und los! Der hat... Ich glaub, der hat nur ne... eine Pistole in der Hand! Ja, aber hier oben sind welche! Die haben nicht nur ne Pistole! Ja! All ne Pistolen! Das Problem ist hier gerade... Das ich aufs Maul kriege! Ja! Natürlich! Weil du im Idiot gestorben bist! Ja! Weil du ohnehin nichts kannst! Doch! Das würde ich ja nicht mehr leben! So wie du! So scheiße! So scheiße, wenn man unter Dauerfeuer steht! Ja! Nächste Mal! Muss ich nämlich taktisch vorgehen! Und einen noch um eine Hände! Oh! Der nervt ganz schön damit sein! Okay! Oh, jetzt ist meine Mully... Mully alle! Das ist ja geil! Und jetzt will ich auch tun! Ja! Weil du verreckt bist! Kann ich gleich aufgeben! Ah! Kannst du das bitte mal gescheit machen jetzt hier? Also wirklich! Tch! So! Jetzt nochmal! Bin schön! Hör zu! Wer ihr auch seid! Ich schätze, ihr seid ungesagert! Aber das ist sicher! Machen wir deine Munition nochmal voll, ne? Ihr tot aus Pfeife! Falls du welche verbraucht hast! Ja! Ich schon! Ich auch! Ja! Ja! Wie viel? Ja! 20? Nee! Bestimmt über 200! Ja! Genau! Ich hab sie sicher eben nicht drauf geachtet! Aber... Wegen dir muss ich jetzt noch eine längere Folge machen! Weil ihr nicht manns genug seid, das zu tun, was getan werden muss! Wenn der eben gestorben wäre, hätt's gepasst! Meine Jungs und besser! Wir ziehen diese Sache hier durch! Und zwar zur Not! Über eure Leichen! Oder hier! Ey! Hier oben kann man auch! Ah! Aber hier oben trifft man bestimmt nix, oder? Vor allem hast du keine Deckung! Naja, ist scheiße! Ich wollte ja nur mal abchecken! Naja, muss mal runter! Na gut! Worauf wartet ihr noch? Geht da rein! Ich geh jetzt mal auf die rechte Seite! Von wo kommen die denn immer? Ich glaub von beiden Seiten! Ah, hier kommen wir hin! Aua! Alles klar noch? Ach! Naja, anscheinend nicht! Was machst du denn von mir? Ach! Das ist auch nicht! Was war das jetzt? Oh, da steht da einer! Der Schildtyp! Der kam von innen! Der Schildtyp! Ich hab ihn nicht gesehen! Warte, ich muss dich eigentlich herzen können! Außer du schmeißt Granaten! Nö! Ich schmeiß daneben! Okay! Dann geht's! Gut! So, jetzt pass besser auf! Besser! Hallo! Ich hab nichts dafür! Doch! Du hast mir nicht geholfen! Ja, ich war hier drüben und hab schon vier Typen erledigt! Ich hab schon sechse! Ja! Im Traume! Jetzt hab ich achte! Neune! Zehne! Fünfzehn! Ich hab jetzt zwölf! Nein! Ich hab fünfzehn! Siehste! Höhle! Hehehe! 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 Ich schieße ja auf ganz andere. Ja, du warst mal W.O.W. früher auch. Ja, genau. Ich habe da eine Platte gemacht. Aber den letzten Schuss, den hat er von mir recht hinten schön im Busch. Schatz. Idiot, ey. Ist so. Ach, Quatsch. Hab's doch ermittelt. Hätte ich denn alles alleine gemacht da. Abfahrt. Oh, da unten knallt es wieder. Der blöde MG ist tot. Ja, du darfst halt recht scharf fahren, ne? Du musst aber mitmachen. Das heißt, was ich hier mache. Ja, genau. Kackgut. Ich war gott mit dem Flammy. Da ist immer noch ein Flammy hinter uns. Ja, das schafft der wohl, oder? Ja. Ich will dich nur vorwarten, nicht, dass du gegrillt wirst. Ein bisschen was muss ich aber erwarten. Man hat schon da. Jetzt habe ich sogar das Geschütz da unten platt gemacht, weil du es hinterher bist. Genau. Du es, den habe ich auch umgeschossen. Tag. Ich gehe mal von der Flanke. Ich gehe mal Flanke. Was denn für eine Flanke? Flanke. Das ist nichts zu essen. Klingt aber so. Ist da, hat geholfen. Keines Tod. Ich will euch helfen. Dann kommt noch eine Welle. Na ja, hinter der Scheibe ist noch der Boss. Ja. So, ich komme mal wieder zurück. Und jetzt kommen die Typen, glaube ich. Also, wenn ihr jetzt die Scheibe aufgeht, werde ich erstmal die Nebenbosse weg. Ja, ja, die Kleidung. Gut. Ich hoffe, dass die Granaten gut ist. Der hat sich gerade selber angezündet. Aha. Jetzt kommt er jetzt raus. Warum dauert das denn so lange? So, jetzt machen wir erst die Kleinen weg, ne? Und den Großen im Auge behalten. Den darfst du nicht so nah an dich anlassen, ne? Äh. Oh, der hat doch so einen riesen Flammenarfer, der Idiot. Oh, der kommt hier rum. Vorsicht. Ja, ich gehe jetzt laufen. So, jetzt darfst du nur noch er sein. Ne, das ist noch irgendwo einer. Und hinter dir, hinter dir, hinter dir sind zwei. Au. Boah, das sind ganz viele. Komm, noch welche. Oh, oh. Höre, der Boss auch. Aber auch. Sag mir das doch vorher. Vor ich da hinrenne. Was? Ja, ich wollte dich gerade retten. Hab ich doch gesagt, der Boss kommt. Jetzt musst du Schluss machen. Nur wie dir. Aber in der nächsten Folge schaffen wir. Bis dann. Ha.